Die fünfte Übung ist eine Übung der Koordination zur Verbesserung des Bewegungsapparates in komplexen Bewegungen. Als erstes nehme ich die Beinmanschette und lege sie an das rechte Sprunggelenk an und nehme den Zug auf. Als zweites nehme ich die Handmanschette und lege sie am linken Handgelenk an und stelle das Laufband in langsamer Geschwindigkeit ein. Das ganze fördert die Standbeinphase des rechten Beins.